So Leute, heute ist Montag, eine ganze Woche voller Produktion steht an und ja, das ist jetzt der erste Step. Heute ist wie gesagt Montag und es geht jetzt los. So, gestern hat ja nicht ganz so gut funktioniert. Kurz Erklärung, gestern wollte ich ein Gruppenfoto machen und wenn da so viele Leute sind, da muss man ein bisschen aufpassen wegen der Datenschutz und so weiter. Hat nicht ganz funktioniert, ist auch nicht so schlimm. Dafür fahren wir jetzt cool ins Studio und machen da ein paar tolle Aufnahmen und ja, da nehme ich euch mit hin. Yo, boah, was für ein Finish heute. Ja, Fotoshooting war super, sind echt coole Bilder rumgekommen und einen kleinen Ausschnitt, ganz klein, könnt ihr hier sehen. So, das war's schon und ja, die anderen Aufnahmen sind natürlich nachher dann irgendwann bei Instagram und auf meiner Webseite zu sehen und ich würde sagen, schönen Tag und bis morgen. Ciao. So, und eben gerade noch beim Sport gewesen und heute gibt es ein bisschen Massage. So, und nach erfolgreicher Massage, das ist mein ausgiebiger Walk, richtig schön hier in so einem Stadtrandgebiet und dann können wir ein bisschen laufen, ne Mäuschen? Ja. Jo, Leute, bestes Wetter, um ein paar Fotos zu machen, Leute. Ähm, ja, wir sind ja Indoor, deswegen ist das gar nicht so ganz so schlimm und ähm, ja, passt schon. Ja, vor mir ist dieser schöne Porsche hier, der fällt die ganze Zeit immer ganz entspannt vor mir und jedes Mal an der roten Ampel muss er wieder warten und dann zieht er wieder mit 100 km vor mir her und dann direkt an der nächsten Ampel wieder zu stehen, weißt du, ein richtiger Held. So, äh, die Fotos gibt es, äh, beziehungsweise ich merke, ob davon, gibt es jetzt. Ja, Leute, habe ich natürlich das beste Wetter für ausgesucht, um meine Vlog-Woche hier wieder zu starten, aber egal, guck mal her, alles voll, alles dicht, äh, kein Problem, der Hund ist auch am Start. Guck mal was hin, da bist du, ne, ja, alles cool. So, ähm, ich bin jetzt fertig hier und jetzt fahre ich nach Hause, dann eine kurze Pause und dann geht es auf den nächsten Job und dann ist der Donnerstag auch gehakt. So, angekommen und da gibt es jetzt gerade ein paar schöne Aufnahmen. Ja, Leute, komisches Finale dieser Woche gewesen, ähm, ich versuche so authentisch wie möglich zu sein. Hat nicht so funktioniert und, ähm, naja, egal. Ich würde sagen, ähm, vielen Dank fürs Zugucken erstmal und ich glaube nächste Woche, wenn ich eine coole Woche habe, dann gibt es wieder so ein cooles, äh, 5-Tage, 4-Tage-Videoring und, ja, in diesem Sinne, bis dann.